Es ist wichtig zu wissen, dass ich nur mit Billy gefahren war, damit ich ihn finden konnte. Ich bin der Mann, den ich nachfahre. Er war mit der Gang von John Kinney. Und sie waren die Begegnung von Billy. Warum hast du nachfahre? Ich habe dem Mann einen Scheiß für was er hat mir gemacht und mir gemacht. Insofern, alles für mich war ein Todesmacht. Es gibt keine Säte. Glückwunsch, es war genau dann, dass ich Billy gemacht habe. Sie schafften Jim Bell und ein paar andere Regierungen, als er seinen Weg machte. Nachher, sie sagten, dass eine Frau Freundin ein Pissel für ihn in der Privi. Was die Bibel gesagt haben, ist, dass Billy auch mir helfen konnte. Mein erstes Geschäftsführer war, eine Feuerwehr zu finden. Dann werde ich das Level auch mal zocken. Ich will das Spiel dann irgendwann schon mal durchspielen. Ich will das Spiel dann irgendwann schon mal durchspielen. Glückwunsch, ich will das so schocken. Halbiert jeden Mann, Bob Ollingers Schrotflinte. Alter, die hier sind. So I did. So I did. Ich weiß nicht, viele müssen sich da schocken. Das ist einfach so ein paar Runde. Das hatte ich ein paar Geräte. Das war das. Ich habe das ein geboten. Sie hat riesige Rucksacken gegründet. Die Gäste waren überall, wo wir ihn suchen. Ich lasse den Kind weg! Oh mein Gott! Hat jemand ihn gesehen? Du kannst nicht schlafen von mir! Wo sind die? Wo sind die? Ich ziehe ca. 500 Kugeln auf denen aus und hab die Kugeln gebraucht. Ich muss nicht fragen, sonst geht da echt da. Ich glaube die Tanken ja alle leben. Wieso muss man das nicht so, wenn man die da nicht da ist. Aber ich will ja Punkte, deswegen müsst ihr ja alle sterben. Stirb Fernseher! Ich lock mich mal auf. 107. Oh nein! Ich hab keine Munition mehr! Ich hol's auf, weil das macht keinen Sinn. Ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition mehr. Er hat zum Abladen. Was geht hier eigentlich ab, wenn man keine Munition mehr hat? Dann muss ich in der Nahkamp fliehen. Das ist ja richtig, richtig. Oh, die sind ja völlig alle. Muss ich hier hinunter? Kann ich hier hinunter? Soll ich hier hinunter? Kann ich hier hinunter? Ich bin hier hinunter. Psst! Seien Sie ruhig! Wo wird er dich holen? Die Hühner werden mich verraten. Gibt es irgendeine Heilnis? Du! Du! Aber hell, wenn sie nicht alle warten für mich. Wahrscheinlich, einige von ihnen glaubten, dass ich Billi war. Ja, 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 ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal gleich mal unsere Crew ausprobieren. Unsere Crew-Attacken. Ja, man muss immer... Das ist scheiße irgendwie. Ich finde es auch okay, wenn man einfach nicht, wenn ich nicht zoomen muss. Das ist natürlich schon krasser, wenn du einfach so abziehen könntest. Oder wenn wir ihn untertreffen. Ein krasser Schuss. Sie haben eine bestimmte Similarität in der Bildung und der Farbe. Aha. Ich war nur glücklich, dass ich Deputy Bob mit einem schmerzen Schuss. Oh Gott. Seien sie ruhig. Ja, aber ich werde doch das hier in die Luft haben. Es war so, dass jeder in Lincoln mich auf den Boden gelegt hat. Ich wusste, dass ich einen Hörsch finden musste. Doch ich hatte nie eine große Fahndheit mit den viergegenen Grässehälen. Schmerz, schmerz, unvermütig. Du hast den Preis zu hoch, wenn du fragst. Juhu, wir haben einen neuen Level. Was machen wir? Ich würde jetzt schon nochmal auf der Roller gehen. Und was kann ich hier machen? Längere Kombos. Oder hier. Höhere Munitionskapazität ist ganz cool. Unser Standardtyp, der nicht irgendwas zu sagen ist. Ich brauche nur noch mehr Munition. zuh... Keine Beschimpfungen. Sonst passiert das hier. Ich glaube, der Typ überlegt war, das ist natürlich auch scheiße. Okay, dann hätte ich auch das hier tun können. Oh, ja, zieht gut, gleich immer noch voll loffert. Im alten Call of Duty gibt es dann auch mal deine Kinder und dann sind es ja kaputt, wie es oben heißt, zum Beispiel. Hier ist ein Geheimnis, dass wir hier nichts finden sollen, wenn das nicht so teuer ist. How can I get here weiter? Kann ich da drüberspannen? Was ich, was ich ein wenig komisch finde oder was ich nicht so schön finde bis jetzt, hier siehst du gerade Wasser und wenn du jetzt hier drauf stehst, ist es keines mehr da. Was liegt da in der Interlinear Engine? Das war schon. In der Kartel. So. Bei der Kartel möchte ich mich aber gar nicht reden. So, ich bin jetzt hier gerade falsch gegangen. Ich muss hier irgendwie weiterkommen. Muss ich hier irgendwie weiter? Bescheuert? Ah, Mann. Ah, Mann. Das ist einfach Blimmens. Das ist interessant. Ja, Mann. Das ist interessant. Ja, Mann. Ah, Mann. Okay. Das ist, glaube ich, interessant. Jetzt kommt wieder der Toiletten-Typ, Alter. Ja. Komm schon mal raus aus deinem Toiletten-Dings. Na, komm. Komm mal rein. Das ist auch geil, dass es genau mit der Nase da durchschaut. Das ist ein Schuss auf meinem Kopf. Oh, Mann. Ich hoffe, wenn ich ein Gewehr wäre. Ich bleib mal rein. Das Gewehr ist eigentlich schon ein Schussgeiler, wenn ich hier abhole. Oh, ich will nichts. Das ist nicht so. Oh, da ist ja wieder einer. Äh, ich muss nur mal ganz kurz hier. Oh, das ist noch nicht cool. Hahaha. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss, Mann. Aber die Karten wurden gebrochen und ich hatte keine Wahl, aber sie zu spielen. Ja, mit dem, der mich gerade angestiegen hat. Das ist eine lustige Geschichte. Er hat sich Grid 2 gekauft. Und ich habe zu ihm gesagt, hey, warum kommst du einen Singleplayer? Er kostet 40 Euro und... Ja. Er hat gemacht ein geiles Spiel. Muss auf jeden Fall haben. Grid 2 wird auch auf jeden Fall geil, denke ich. Und jetzt habe ich mir eben Call of Heroes gekauft. Es ist offen rein, dass er nicht mehr ist. Auf die Grid 2 ist das sogar möglich mehr. Ähm, aber das spürt sich jetzt hier im Zockern rein. So kann man jetzt hier gerade gleich das gut machen. Zu dem, was ich zu ihr gesagt habe. Immer dieses Sch... Ich müsste immer zoomen, ey. Ich mach's einfach halt. Scheiße. Und jetzt werde ich zoomen. Ich werde zoomen. Ich werde trotzdem nicht treffen. Ich werde jetzt auf den Zuluhausen und ihn dann vielleicht mal treffen. Ja. Ich bin der Typ übrigens, der euch dreimal anschießen muss, um euch kennenzulernen, weil ich schaff's einfach nicht zu treffen. Ich habe hier doch sowieso das Ding. Ich hab zwar nur sieben Schuss, aber das müssen wir doch jetzt machen. Bitte zeigt ihn, kann mir noch 5 schreien. Schau da aus, komm, schau da aus. Schau da aus, ist dein Scheißkissen. Ich brauch ein Munition, sonst wird ich von alleine gestoppt. Sind wir denn nicht angeschossen? Ich bin hier. Sehr gut, jetzt habe ich hier noch einen Schuss und beim anderen... Okay, ist gut. Und hier habe ich auch, okay. Hallo, ich tue mal schnell ein bisschen Munummlaufen und Munition aufschütteln. Da kann ich nicht gehängt werden. Jetzt habe ich noch eine Lange. Oh, ist sie Spider? Ich würde es gerne mal sehen. Das ist für ihn, ich weiß nicht. Das ist für ihn, ich weiß nicht. Das ist für ihn. Das ist für ihn. Soja! Das ist vor kmh! Hallo! Das ist die Maschinsteil! Hang war's schon? Ich will das Rescue. Ich versuche es dich nourrinken. Vielen Dank.